Er hat nur Teleport gemacht Fahrecke! Wohin denn? Bot mit oder Top? Tau-Boss! Was? Fuck, ich hätte Videopome machen sollen! Was, was, nochmal? Ob er, wohin er sich teleportiert hat, Bot mit oder Top? Achso, ähm, Jungle! Ja, Junk! Ja, ist so! Gewonnen! Wuh! Easy! Wie lucky kann man, wie lucky kann man, nicht zum, achso! Seh ich so aus, Alter? Die hatten ein 78er-Monster! Fick dich! Ach, Monster? Monster? Achso, achso. Achso, Monster! Ja, natürlich Monster! Oh, das ist relax so für dich ein Mensch! Ja, normal! Ich glaube, dir hackts! Nee! Nee? Nee! Echt mal so eine Flüstern-Funktion müsste es geben! Tau-Boss! Das ist ein Tier-Evil-60! Wie kann man sich Knuffie-Poof nennen, Alter? Na gut, ist eventuell ein Mädchen oder so, keine Ahnung, aber... Du? Ja, Kauf! Und ein Schicki! Nein! Ich verkauf meinen Glutexo, wenn das so weitergeht! Mach! Kauf dir einen Pikachu und schwing dich zu Raichu! Mach das als Haupt-Pokémon! Warum nicht? So... Story-like! Na, echt, du hast auch noch mit dem Pikachu rumgerannt! Ja, nein! Ja, mit dem Pikachu, aber nicht mit dem Raichu! Ja, mein Gott, dann lässt das halt auf Pikachu! Außerdem wollte sich Pikachu nicht zu einem Raichu entwickeln! Ja! Und das will meins dann auch nicht! Das fragt dich aber jedes Mal wieder! Willst du entwickeln? Willst du entwickeln? Willst du entwickeln? Ja, und? Ja! Wenn dir jetzt schon die Meldung auf den Sack geht wegen Training... wegen Duell-Anfrage! Was? Duell-Anfrage? Mhm! Ach nein, wegen... Ach Quatsch, Einladung! Mensch! Wie soll Einladung in LOL? Ja, dann rede doch nicht über LOL, wenn wir Pokémon spielen, Mensch! Mö, mü, mü, mü! Alter! Haha! Bist Fuqaano! Bist Fuqaano! FUqaano BIS! FUQaAaANOOBIS! BAM! Ich will ein EP-Teil haben! Ich auch! Gibt es sowas wie? Mit diesem EP-Teil!? Wo gibt es sowas wie ein EP-Teil? Du fragst doch Black, alter, der weiß doch alles Nee Ich hab 8.000, welches... achso Ich hab 8.000, welches Level hat Achso 8.000, gibts mehr, sorry Ich hab außerdem schon wieder für 2.200 Gold Und du? Nicht? Weiß ja nicht, bin wohl in... 1.712 Das ist aber wenig, oder? Ich hab grad das Lobby-Legard gekauft, du Vogel Ja, und ich hab nur Magna gekauft Ja, mein Lobby-Legard war aber teurer Meine Bucke, meine Superbälle waren teurer Nee Doch? Nee Doch Darklust auf Battle? Hat er den nicht schon mal gefragt? Der Margo? Nee, Tuan hat mich jetzt gefragt Vor allem, was ist der Margo? Hm, ja stimmt Weißt du? Das stimmt Bufis Das stimmt Bufis Oh scheiße Kennst du Timo? Über den hinkommen, oder? Nein, der würde aber fahren, genau wie mit Skype Achso, ja, stimmt Hab ich weg jetzt Lässt dann wie sogar hier schon rum, oder? Tu mal neil Lässt mich verzeihlich Du lässt das doch mit, du Vogel Du fängst an Ähm Ja, du fängst an Was? Du fängst immer an Trainieren Drei 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 Pd Was Pd Pd Du fängst Ja, du fängst Du fängst Du fängst Ja, du fängst Du fängst Ja, hast du gegeben, ne? Find's mir so phatisch, ne? Ich hab gar nicht gegeben Hast du nicht gemeint, dass du gespielt hast? Ne, erst mal Mago hat Peer Online verlassen Nein, schlicht Ne, Quatsch Ne, Quatsch, Quatsch Okay, ich hab... Ich auch habe Turtok Level 70 Doppelpunkt pd Turtok Level 70 Doppelpunkt pd Mein Gott, ey, alter Was machst du denn du grad? Ich trainiere, mein Turtok auf 70 Mhm Und du? Mago hat Peer Online betreten Oh Gott Hilfe? Nein, ich trage mal ganz kurz den Schluck Oh mein Gott, ist doch unprofessionell Ne, das ist... Ne, das ist... Das hast du nicht Boah, jetzt wird das... Oh, kalt Was sagst du? Ist kalt Fenster auf Von den neuen T-Shirt Es ist voll dunkel draußen, oder, alter? Ich musste sogar vorhin schon das Licht anmachen Das ist Berliners Schmock, Junge Das ist mein Spruch Wann hast du das denn schon... Das hast du noch nie gesagt Natürlich Das weiß ich von dir Auch wenn ich's nicht bei euch gemacht habe Woanders hab ich's schon Ja, pfff, toll Weiß ich ja auch Ja, wenn du meine Videos angucken würdest Äh, äh... Help Und dann... Slash help Slash help Slash... Hallo mach mal Battle Slash... Battle... Glüppk Äh, wie heißt der? Kannst du mal aus dem Typen rausgehen, du Vogel? Äh... Ach, alter, leck mich doch Wo denn? Keine Ahnung, hier auf meiner Insel Auf meiner Insel MEINE INSEL Ich soll dich auf deiner Insel lecken? Äh... Äh... Hast du ja überlegt, oder? Ne Fachel Wie heißt'n der Blacher? 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 Oh, das ist Trainer Level 8, ich glaub' ich's wird das lassen Hahahaha Glück, nicht? Trainer Level 5, Wilfair Können wir mal beahen, hast du vielleicht, das ist ne stärkere Pokémon Taubsi? Soll ich meinen Taubsi fangen? Ja, mach Ne Du fängst meinen Tauburger Haha, siehst du aus? Den Tauboss oder sowas Ich kann höchstens 34er Tauburger geben, aber längst möchte ich dann auch ein gutes Pokémon dafür haben Du kriegst meinen Glutexo Ok Neh mich Ok Aber es muss auch Level 34 sein Ne Ne, doch? Ne, ich kann dir mein Snobili Cut geben Ne Ne Warum nicht? Ne Aber, aber Ich dachte, wir halten's zusammen Tun wir auch Ne Hier ist Gras! In der Wüste In Gragas? Ja, in Gragas Was hast du gesagt? Ach Gras in der Wüste, das nennt sich auch Oase, du Vogel Laber doch nicht Laber doch nicht Laber doch nicht Laber doch nicht Ach ne, jetzt kommen die, wir sehen Oase wieder an Kriege ich aber den anderen gespannet Ja, du brauchst halt ein paar Eier, ne? Du brauchst halt nicht Hahahaha Der war gut Fandest du? Mich nicht Ja Welches Level entwickelt sich Vokano nochmal zu Dingens? Zu Vakani? Oder frag Black Black, alter willst du mich irgendwie rollen oder so? Hahahaha Hä? Was war das denn nun mal? Ich glaub 4 und 30 über 75, ne? Wann kommt jetzt eigentlich die Web 5 heute Abend? Heute Abend? Heute Abend? Ich brauch nen Donnerstein Das sind aber alle sehr teuer, diese Steine Ähm, wo gibt's welche? Unterschiedlich in den Städten Aber die Kosten meistens zwischen 8 und 10.000 Nein, heute bzw. morgen kommt Map 4 Teil 2 Nächste Woche kommt vermutlich Map 5 Sack Black Der GM Jetzt ist er vom Mod zum GM geworden Soll ich das mal schreiben? Ja Black ist GM, wettelt die Nalan Für kostenlose 80er Pokémon Mal schauen, wie viele das glauben würden, ne? Sag dem Black der GM Hä? Was ist ein GM? Ein Gemüse-Mischer Gemüse-Mischer? Gemüse-Mischer, alter Black ist ein Suchtier und kein GM Jetzt wollte ich grad Ja-Ja schreiben, aber da kommt Pokémon Nein, steht noch nichts Jetzt ist er Entwickler Jetzt ist er Entwickler Nein, das ist doch total ernst was du sagst Ja, auf jeden Fall Total Was ist gegen Gift effektiv? Ach was, ich bin ein Pro Ich hab grad Pro gelesen Ach was, ich bin ein Pro Krass, ich bin Pro Hm Ich glaub, er such dir nicht gleich Pro Wenn ich gleich vom Server gekriegt werde, weißt du, wer der GM ist Alter, können wir aufhören, die ganze Zeit Monster zu spawnen Ich will die Oase eigentlich mal wiederfinden Da ist er Gab's hier noch irgendwas? Was steht da? IG-Boost, alter, wir sind hier nicht bei LOL, war das falsch mit dem Ja, LOL Es wird alles verlolligt Ne, Pro gleich Overcheater Ne, Pro gleich Overcheater Ja Und Ja, dann Black der Overcheater würde ich sagen, ne Ich mein, er ist ja Pro Ja, irgendwie ist Regium viel langweilig Wir sind keine starken Monster mehr Wollen wir denn hier bitte trainieren, alter? Ich geh mal woanders hin Alter, hier kommen alle zwei Sekunden Kommt hier ein Monster Naja, ich geh nach Schule Ich geh nach Schule, Digga Wer hat das geschrieben? Black Oh Gott, oh Gott Und der ist Platz 1, oh Gott, oh Gott Alter, hier spawnen alle paar Sekunden Monster Ich kann den Chat nicht mal lesen, ey Ich bin wirklich wie einschritten, es kommt ein Monster Black gleich Puck und der ist 23,7 online Weil der auch nicht 24,7 heißt oder so Eigentlich schon Hast du schon seinen Simsala Black? 24,7 Oh, du Noob, ey Oh, dieser Margo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, Alter, und mit sowas haben wir Kette Timo gespielt, ey Oh, oh, oh Oh, soll ich nochmal meinen Satz bringen? Ja Was, da kam noch irgendwas mit Klo oder so Die 23. Klozeit Ne, 23. Klozeit abgezogen Ne, 23. Klozeit abgezogen Ja, wenn man ja auch eine Stunde am Tag aufs Klo geht, du kleiner Bob Ja Boah, what the fuck? Ein EBITAC Level 40 Gibt es EP? 885, ist ja okay Ich trainiere ich hier mal ein bisschen Achso, sechs bis zehn Stunden in der Schule, achso, achso Sechs bis zehn Stunden, ja Na klar Hm Ja, hin- und drückweg Nein, nicht hydropump, ich war das klein Ach ne, ich fang mir lieber Georock Ich dachte, ich hab keinen Bock mehr Möchtest du jetzt schon Pause machen? Dann macht das aber grad so'n Spaß Ja, könntest du ja auch Also, ich hab halt keine Lust mehr Aber ich will dir auch irgendwie nicht zukommen, ich will irgendwas machen Spam den LOL-Chat voll bei mir Also, nicht meinen, sondern den Chat Da kannte er APGX Und dann? Warte, vielleicht Ein Georock Hab ich noch? Ich hab einen Super- Ah, das weiß ich leider nicht Muss dich leider töten Nein, kriegst du, das kriegst du, das kriegst du Ich spiel sogar unter der Dusche, sagt er Ob man darauf stolz sein kann, weiß ich nicht Oh ja, das wüsste ich auch gern mal Hier Spielzeit bleckern Ich bin mal eben Afghane Wurde ich ein Stück Kuchen futtern Ne? Ich auch gern Ich komm gern Ich komm gern Black hat Peer Online verlassen Was? Da kommt die Frage, wie viel Spielzeit er hat Er hat Peer Online verlassen Na komm, geh dein Kuchen futtern So, bis gleich Man wünscht auch guten Hunger oder so Ja, guten Apo Verschluck dich nicht Ne? Da sind das Mogullab??? Leicht Holland 8.000 Gold schon wieder? Ey, hier gibt's nur noch scheiß Pokémon. War ja nicht irgendwo ein Ibitax 40? Ich glaube, wir sind schon zu weit. Ich kann aber gerne mal in die Höhle da hinten zurückgehen, wo dieses Menki da war. Oder Razzarfer oder wie auch so. War das für ein Po-Pokemon warm? Ein Po-Ho-Ho-Kamon. Und irgendwann sollte ich mal die anderen Fiecher trainieren. Das hat schon echt viel Spaß, das Spiel. Alter. Safcan habe ich. Ich will alle Pokémon haben. Ich glaube, ich kaufe mir... Wann bekommt man das Fahrrad? War es kein 17 oder es kein 12? Das ist auch geil gemacht, dieses Skin, das Fahrrad ist. Black ist nicht da, doch. da kaufe ich lieber das fahrrad alter ist wesentlich besser mal hier hinten lang wenn ich glaube ich komme ich da bitte nach hier habe ich den raub jenki schon eine höhle nein hier ist dieses labyrinth gewesen oder nicht aber schenzen pommelhoff oh fuck macht das schaden das macht gesang oder ein dicker ok komm an to talk perfekt gefangen komm mal auf jetzt habe ich keine Pokébälle mehr oder alle weg das ist ja magisch ich werde verfolgt dann habe ich dauer noch nicht sondern auch noch nicht ich fahre mir lieber in seiner dame boah kann ich nicht schreiben nunu wie spielst hast du denn nunu das 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 Dann werden wir den Pfadfinder, den Pfadfinder-Skill mal austesten. Hier ist keine Musik. Na gut, er war 38. Was bringt es an Erfahrung? 863, nice. Ja, vielleicht wird er gehackt. Ich bin es nicht. Ich habe ein Alibi. Na ja, er sucht mir ein Ende. Zubat Level 17, habe ich das gerade richtig gesehen? Rassauf nehme ich gerne mit. Gibt gute EP. Je weiß nicht. Ich habe einen call that often.